Was geht ab, Freunde? Jetzt gucken wir mal, was jetzt gleich abgeht, ob es direkt weiter geht. Wenn ja, dann können wir direkt anschließend zum letzten Part, so. Damit ihr keine Cutschen zerpassen. Genau, ansonsten gucken wir uns das Ganze mal an. Wir gehen jetzt zum Kommandanten. Garo hat sich auf den Weg gemacht zu ihm. Zu einem... Ja, jetzt. Oh. Oh! Oh! Jiren's Cousin. Oh. Was für eine tiefe Stimme. Okay. Okay. Dementsprechend recht herzlich willkommen zum nächsten Part zu... ...Jump for Sorrenio. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, wie das Ganze jetzt verläuft. Was ist in diesem Part zu... Ich bin gespannt auf den Part, weil wir haben jetzt diesen Cain gesehen. Die Jiren's Cousin. Und ob wir gegen den kämpfen, ich glaube nicht. Ich bin gespannt auf den Computern. Ich bin gespannt auf den Kugeln. Soll ich die Spoiler an, Naruto? Du wurdest schon Hokage. Oh! Was? Okay, Naruto und Sasuke haben wir im Team. Sehr schön. Aber Gaara kämpft wahrscheinlich hinten. Wir müssen sofort zu ihm. Die Venoms, ja, logisch. Die versperrt uns mehr oder weniger den Weg. Okay, jetzt ist es auf jeden Fall ein bisschen interessanter. Jetzt bin ich drauf gespannt, was jetzt abgeht. Ja, typisch. Wir müssen erst mal die Venoms zur Seite hauen. Und dann geht es quasi zu den richtigen Gegnern. Wenn ich das so sagen darf. Aber unser Hauptgegner ist immer noch auf jeden Fall die Ladezeit hier. LADEN! Es lädt und lädt. Es hängt bei 96%. Aktuell 98, 99%. Ihr seht das nicht, weil ich davor sitze. Aber ich sehe es auf meinem Fernseher, wenn ich zur Seite schaue. Jedenfalls geht es jetzt los. Jedenfalls geht es dir. Es ist ein Klatsch. Das ist eine Ladezeit. Und dann geht es der Ladezeit. Ich kenne dich. Ich nehme dich. Ja. Hier geht es doch. Ja. Boah, was? Ohoho! Ah, nicht getroffen! Shidori! Oh, geil! Amateras! Junge, rein mit dir! Ist ja weg! Oh, wie geil! Wie geil, er sich schützt mit seinem Zusammenhang! Boah, wie geil! Das ist Kaguya's Ulti! Schwertgeräusche, haben sie so geil gemacht, weil sie spielen wie wir das. Mele, was ist mit dir? Einfach vertroffen, genau wie ich. Einfach vertroffen, genau wie ich. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Hältst du das langsam interessanter auf jeden Fall. Sasuke kennt sich geil, finde ich. Kannst du... Seine Skills kannst du gut ranhängen. Ich finde, Schwertkämpfer ist einfach geil. Egal, welches Spiel. Ich hab so einen kleinen Schwertkämpfer-Fanboy. So Zoro ist geil. Aber in One Piece fand ich Zoro eh richtig geil. Es war so mein Lieblingskraft, sag ich mal. Bis ich Lore gesehen hab. Oh Mann. Also aber nicht Lore auf dem Saboori-Archipel. War's auf dem Archipel? Ich glaub ja. Also nicht zum ersten Mal. Sondern als Samurai der sieben Meere. Der Sabo-Tan. Oh. Oh. Oh, okay. Aber ich finde Sasuke sieht komisch aus. Schau. 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 Sasuke. Schau. Übertrieben geil. Gata. Schau. 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 Mal langsam. Wir sind doch da. Haha. Wir agressiv. Schau. 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 Ich seh so cool aus, Mann. Schau. Was? Bedeck. Ah Dev, die können jetzt auch klonen. Krass, hat sicherlich was mit dem Kubus auf sich oder dem Buch, was er da geöffnet hat, vielleicht hat er eine Kopie kreiert, unter anderem war der echte quasi mehr oder weniger, aber interessant, interessant. Freunde, Jump Force, Jump Ladezeite, weiß halt legit nicht, ob ich übertreibe oder ob es nur mir so vorkommt oder ob es jetzt schon ein bisschen lange geht in die Ladezeiten, kann aber auch an mir liegen, wie gesagt, ich weiß, ich habe eine normale PS4, keine Ahnung, naja, was soll's, jedenfalls so, jetzt jetzt. Wie viel schaden? Oh, nice. Alter, wach dich mal, Junge. Was ist mit dir, Alter, was los? Der Rope ist auch cool, sein R2 Kreis ist cool, das habe ich halt die ganze Zeit gemacht. Cooler Skill. Ah, was soll mit ihm, wie aggressiv der war. Wie aggressiv der hat, ey, was sollte der, ob mich töten wollte, der mich, der mich umbringen. Oh, je. Jetzt aber, was hat Jidens Kusada zu sagen, dazu zu sagen? Jetzt haben wir die, ja, eigentlich gut hinbekommen, also, ja, wir haben gewonnen, logischerweise, aber, die sind halt genau die Ladepausen. Ich verstehe auch nicht, warum das so lange laden muss. Spiel mir das Lied vom Laden. Okay. Ah, siehst du? Okay, eine Frage von meiner Kopie. Was ist denn das? Was ist denn das? Das ist doch... Was ist denn das? Ja, es ist ein Problem, aber es ist nicht so, dass man sich um die Kugel befindet und sich um die Kugel befindet, und sich um die Kugel befindet. Ist das echt? Noch? Das ist so, wie es ist das, was ich? Ich weiß, was ich nicht sagen, was ich nicht sagen kann. Ich gehe jetzt. Okay, das waren beides Kopien, von ganz eben. I love it, eine Cutscene, laden. Die Ladezeit geht genauso lang wie in den Cutscene, mehr oder weniger. Und dann kommt der Kampf, dann wird wieder laden. Und dann kommt wieder der Cutscene und dann laden wir wieder. Ich glaube, ich übertreibe mit dem Laden, ich übertreibe heftig, weil ich so, ich nehme hier auf und bin ein bisschen unterdruckt, dass ich die Zeit im Auge habe und so weiter und so fort. Manchmal kann ich halt auch nicht die ganze Zeit mit einem Stopp reden oder mir fällt spontan nicht was ein. Ich glaube, ich übertreibe ein bisschen, aber auch da, dass man eben aufnimmt. Also, weil jetzt der eine oder andere das auch macht, der weiß wahrscheinlich, was ich meine. Schaden, 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 der drückt. Oh mein Gott, du. Er hat mich geschützt direkt danach, aber es braucht ein bisschen. Nein, guck, ist auch die Falsche. Auch, leider wenig funktioniert. Nein, guck, ich habe mich geschützt. Direkt nach dem Einwächsen habe ich mich geschützt. Was weiß ich, bitte? Ja, ich erwähne mich doch. Ich erwähne mich doch. Ich erwähne mich doch. Ich erwähne mich doch. Nein. Ich trug doch R3, Mann. Was ist das? Ey, so ganz sicher nicht, bitte. Was soll das? Wenn wir bitte auf die Eingaben reagieren könnten, Controller. Ich smash diesen R3-Button, also ich erwähne und dann... Ey, bitte. Bitte, so müssen wir nicht anfangen, okay? Controller. Das ist so ein Rotzu. Nee, akzeptiere ich nicht. Jetzt habe ich auch noch wieder laden. Oh mein Gott. Prost. Kann sich Naruto sich nicht erwaken, oder was ist da los? Natürlich kann er das. R3 fertig. Man hört das, ne? Komm, ich schütze mich, dann könnte ich mich trotzdem, oder was? Maja, verstehe ich sowas nicht beim Spielen. Wohin? 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 Wow. Normalerweise wirst du den Wüstensack drin haben, und dann kannst du das drauffeuern. Geht doch. So. Jetzt haben wir die Legend of Ladezeiten, und dann geht es hoffentlich gleich wieder weiter. Ähm. Genau denn... Jetzt... Das sollte der echte gewesen sein. Ob wir den jetzt auch befreit haben? Was? Immer mehr? Was? Krass. Dramatisch! Gara! Dramatisch! Dramatisch! Wiem! Dramatisch! Was? Wie legt er das? Oh lol, wie geht das? Komm her! Jetzt ist es! Jetzt ist es! Jetzt ist es! Ich habe Angst vor ihm, denn er macht schon gut an. Oh! Ah, das ist sie mir kaputt. 100%! 100%! Nice! Ich so! Oh mein Gott, krank! Geil, es war ein geiler Kampf. Nice! Geil! Wenn jetzt noch einer kommt, dann wird es legit zu viel, also bitte. Jetzt machen wir irgendwas, bitte sorry. Dann blicken wir jetzt um noch einer. Warum? Na, wenn es der Richtige ist und der sich uns anschließen will, nur her damit. Aber wenn jetzt noch einer kommt, gegen den wir kämpfen müssen, sodass ich im Endeffekt dann noch alleine gegen ihn kämpfen muss, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Nauto ist total am Arsch, mir gehts ganz gut. Nauto ist total am Arsch, mir gehts ganz gut. Jetzt, Giros, Kuzo, was ist los? Kain. 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 Halt. Kain. 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 Eier. Wie ichока-Ka Eating. Er ersetzt. posed. Au! Sabakkiu! Oh, was? Das war's nicht. Der hat zu viel Schaden bekommen. Da muss bestimmt noch was kommen jetzt. Das kann's nicht gewesen sein. Von unserem Boy Kasekagi. Ja, Gaara. Der Gaara. Der ist auch nicht jetzt was los ist. Armagara, das müssen wir überlegen. Die Story in Naruto Classic zu sehen, wie traurig die war. Wie traurig die war. Ich hab mich immer gefragt, was dieses Schwarz um sein Auge sein soll. Und im Endeffekt sind Augenringe, weil er nicht schlafen kann. Wegen Shukaku. Das ist krank, was sie gesagt haben. Nein! LOL! Cosmic Cube! Das ist so cool. Das ist so cool. Das ist so cool. Das ist so cool. Okay. Was? Das unterkommt noch Kain. Kain Main. Unser Boy Kain. Ups. Das ist so cool. Das war gut. Herr Schaukann, der Mann zu retten von Venoms, Kain. Er ist der Mann, der Herr Supermann mit dem Weltanmügel, welches die Herr von Cies. Ich weiß nicht, aber es ist die Möglichkeit, das kann es, aber ich glaube, es ist das Problem. Man hat auch die Mann mit dem Schwerchen mit dem Schwerchen-Hausbrüchen. Er hat das Schwerchen-Hausbrüchen mit dem Schwerchen-Hausbrüchen und der Cosmic Cube. Das kann man sich in Begeetha oder Gara beschweren, dass sie sich in den Schwerchen wie er handelt. Alle werden mit den Schweren und die Behandlung der Reaktion und die Wunschung der Cosmic Cube durchwinden. Die Behandlung der Regierer von Venom-Zuschkan Kain, die die im Schweren der Schweren mit den Schweren der Blatt schufen. Das wird, dass die Schweren der Welt, die die Schweren der Welt schützen wird. Joach! Ach, Sahle-Direktor. Direktor ist echt eine ruhige Seele. Eine coole Seele. Aber vorher, dann würde ich sagen, wenn danach keine weitere Sequenz kommt, mach... Also, okay. Kapeltreise, die mysteriöse Frau. Ich glaube, dass sie die Toguro-Reprik in den letzten Krieg sind. Ich glaube, dass sie die Toguro-Reprik 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 sind. Danke, ey. Danke, Leute! Wir dürfen euch auch Schluss machen. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen zu diesem Part. Und wir sehen uns zunächst wieder. Macht's gut. Peace. Du bist ein Mann, bruh. Don't you cry. I'ma get her back after I'm done, I'm done. Next time you wait, it won't be alright.